Herzlich Willkommen und wie immer geht ein großer Dank an alle Unterstützer auf Steady. Heute geht es um den Satz von Radon Nicodim und ebenso um den Lebeckschen Zerlegungssatz. Beide Sätze sind extrem wichtig in der Maßtheorie, aber sie tauchen auch in vielen Anwendungen tatsächlich auf. Und deswegen möchte ich hier einen kurzen Überblick über diese beiden Sätze liefern. Man kann dies nun relativ allgemein für einen abstrakten Maßraum formulieren. Und die Bezeichnung für den Maßraum ist immer Menge x, Sigma-Algebra a und Maß µ auf dieser Sigma-Algebra. Hier möchte ich aber erstmal einen sehr wichtigen Spezialfall anschauen, nämlich den für das Lebeck-Maß auf den reellen Zahlen. Das bedeutet, unser x ist nun r, a ist die Borelsche Sigma-Algebra auf r und µ ist unser Lebeck-Maß, was ich nun durchgängig mit Lambda bezeichnen werde. Bitte erinnert euch, das Lebeck-Maß ist das eindeutig bestimmte Maß, was auf allen Intervallen der Form a, b die Länge b-a zuordnet. Bevor wir nun die zwei Sätze wirklich formulieren können, brauchen wir erstmal zwei Definitionen. Und diese sind nun gegeben für ein weiteres Maß. Dieses möchte ich auch wieder µ nennen, denn µ ist ja wieder frei geworden durch die Definition mit Lambda. Ja, oder anders gesagt, hier stand auch vorher schon ein Lambda. Das macht die Notation ein bisschen einfacher. Aber ihr seht, auch das Maß µ ist auf der Borel-Sigma-Algebra definiert. Für alles, was im Weiteren folgt, müsst ihr das so lesen, dass µ ist das Maß, was uns wirklich interessiert, und das Lebeck-Maß ist einfach das Referenzmaß. Wir schauen also, wie sich das Maß µ in Bezug auf das Lebeck-Maß verhält. Und dazu gibt es nun die folgenden zwei Definitionen. Wir nennen µ absolut stetig, wenn es nicht feiner messen kann als das Lebeck-Maß. Und damit meine ich, wenn das Lebeck-Maß für eine Menge a sagt, die hat Länge 0, dann muss zwangsläufig auch µ sagen, dass es die Länge in µ gemessen 0 hat. In kurz, Lambda-Null-Mengen müssen zwangsläufig auch µ-Null-Mengen sein. Wenn wir es nun so aufschreiben, soll diese Implikation natürlich für alle Borel-Mengen a gelten. Wie schon gesagt, man kann hier alles verallgemeinern, indem man eben nicht das Lebeck-Maß als Referenzmaß wählt, sondern ein anderes Maß. Zur Vereinheitlichung müsste ich deswegen hier auch sagen, absolut stetig bezüglich des Lebeck-Maßes. Nochmal in anderen Worten, absolut stetig bedeutet nun, alle Mengen, die durch das Referenzmaß auf 0 gesetzt wurden, werden nun auch von dem neuen Maß auf die 0 geschickt. Unter Umständen kann µ aber noch weitere Mengen auf die 0 schicken. Als kurze Notation schreibt man üblicherweise µ viel kleiner als Lambda. Das ist aber nur ein Symbol, was wir in diesem Kontext hier verwenden. Es bedeutet also nicht viel kleiner, sondern wirklich absolut stetig. Ich selbst merke mir das Symbol immer mit dieser Richtung, wie der Pfeil hier von Lambda nach µ auftaucht, so taucht auch die Richtung wieder hier auf. Ganz wichtige Beispiele sind sofort das Lebeck-Maß selbst. Natürlich ist das für das Lebeck-Maß erfüllt. Das heißt, das Lebeck-Maß ist absolut stetig bezüglich des Lebeck-Maßes. Aber auch das Null-Maß ist ein leichtes Beispiel, denn das Null-Maß schickt nun mal alle Mengen auf 0, also ist diese Implikation sowieso erfüllt. Nun die zweite Definition ist genauso wichtig. Das ist nämlich der Begriff Singulär. Dieser sagt, dass die zwei Maße, also das Maß µ und das Lebeck-Maß, in einem gewissen Sinne disjunkt sind. Genauer bedeutet es, dass wir eine messbare Menge, N, finden, also eine Borell-Menge, die nun Lebeck-Maß 0 hat, also eine Länge von 0, wobei nun die Länge des Komplementes in µ gemessen auch 0 ist. Das Komplement wäre die ganze Menge x, beziehungsweise hier R ohne N. Man erkennt sofort, genau wie absolut stetig hat auch der Begriff Singulär wieder etwas mit Mengen vom Maß 0 zu tun. Ebenso sehen wir, den gleichen Begriff können wir auch für ein anderes Maß Lambda hier hinschreiben. Wir brauchen also nicht unbedingt das Lebeck-Maß und von daher zur Verallgemeinerung würde ich hier auch nochmal sagen, bezüglich des Lebeck-Maßes Lambda. Wenn dieser Bezug nicht auftaucht, dann kann man eigentlich nur das Lebeck-Maß meinen. Auch hier gibt es eine kurze Notation, man benutzt dieses orthogonale Zeichen zwischen den zwei Maßen und meint damit, diese sind singulär zueinander. Ein passendes, sehr gutes Beispiel kennt ihr hier auch schon, nämlich das Dirac-Maß. Wir können einfach mal das Dirac-Maß in der 0 nehmen, das heißt das Maß, was die 0 auf 1 schickt. Und alle Mengen, die die 0 enthalten, werden ebenso auf 1 geschickt. Und die Mengen, die die 0 eben nicht enthalten, werden auf 0 geschickt. Und damit sehen wir sofort, das Dirac-Maß in der 0 ist singulär bezüglich des Lebeck-Maßes Lambda. Wir wissen ja, wir müssen nur so ein n finden und für dieses n können wir genau die 0 nehmen. Nur die 0 hat Lebeck-Maß 0, aber erfüllt, dass das Komplement hier eben µ gemessen und µ ist nun Delta 0 eben auch 0 ist. Mit diesen Begriffen in der Tasche können wir nun anfangen, unsere zwei versprochenen Sätze zu formulieren. Wir betrachten immer noch neben dem Lebeck-Maß ein anderes Maß µ auf der Borel-Sigma-Algebra von R. Teil A sagt uns nun, dass zu diesem µ zwei weitere Maße existieren. Und diese sind auch eindeutig bestimmt. Für µ gibt es also genau diese zwei Maße und wir nennen sie µ mit Index AC und µ mit Index S. Und auch diese leben wieder auf unserer gewählten Sigma-Algebra, in diesem Fall die Borel-Sigma-Algebra. Okay, also es gibt diese zwei Maße und nun kommt die Eigenschaft, nämlich µ ist die Summe von beiden Maßen. Und µ AC ist absolut stetig und µS ist singulär. Okay, dieser Satz sagt also nun, wenn wir ein Maß haben, dann können wir es eindeutig in einen absolut stetigen und einen singulären Anteil aufspalten. Es gibt also immer diese zwei Anteile in einem Maß und wir können es immer in diese zerlegen. Und das ist daher der Lebeck'sche Zerlegungssatz. Und der zweite Teil wird nun natürlich der Satz von Radonikodim. Dieser ergibt aber nur Sinn mit dem ersten Teil zusammen, denn er bezieht sich auf den absolut stetigen Anteil. Dieser sagt nämlich nun, es gibt eine messbare Funktion und die nennen wir mal kurz H. Der Definitionsbereich wäre wie üblich die Grundmenge x, aber die haben wir hier ja als R gewählt. Und wir bilden ab in die nicht negativen reellen Zahlen. Und nun kommt die Eigenschaft, nämlich wir können den absolut stetigen Anteil von der Aussage in A schreiben als ein Integral über unser Maß Lambda. Als Integrant steht hier genau unsere Funktion H und hier kommt die Borellmenge A ins Spiel. Und natürlich soll das nun für alle Borellmengen A gelten. Und das ist der Satz von Radonikodim. Der ist sehr schön, denn er sagt, wenn wir ein Maß haben, das absolut stetig ist, dann können wir das viel schöner umschreiben, nämlich mit einem ganz normalen Integral bezüglich des Lebeck-Maßes. Wir finden nämlich immer eine passende Funktion H, um dieses Integral so aufzuschreiben. Und das macht dieses Maß plötzlich viel handlicher, denn man muss sich ja nur noch um eine normale Funktion H kümmern, anstatt um ein abstraktes Maß. In anderen Worten, die Angabe solch einer Funktion H ist dann genauso gut wie die Angabe eines absolut stetigen Maßes. Und aus diesem Grund nennt man das H dann eine Dichte-Funktion. Okay, das sollte erstmal reichen als ein kurzer Überblick für diese zwei wichtigen Sätze. Allerdings für die, die diese Sätze schon im Allgemeinen kannten, sollte aufgefallen sein, dass ich ein wichtiges Detail weggelassen habe. Das Maß µ kann nämlich nicht komplett allgemein gewählt werden. Der Satz gilt nur für solche Maße, die wie das Lebeck-Maß Sigma endlich sind. Die genaue Definition von Sigma endlich habe ich schon mal in anderen Videos gemacht, aber ich werde auch nochmal in folgenden Videos darauf zurückkommen. Man sollte sich hier nur behalten, dass man die Sigma-Endlichkeit wirklich braucht für das Maß µ, aber auch für das Referenzmaß. Aber für das Lebeck-Maß selbst haben wir natürlich kein Problem dort. Das wird nur wichtig, wenn wir auch das Lambda verallgemeinern wollen. In späteren Videos werde ich jetzt noch gerne auf den Beweis dieser zwei Sätze zurückkommen, als auch auf wichtige Beispiele. Ich kann auch schon mal sagen, gerade in Bezug auf Anwendung in der Stochastik tauchen diese zwei Begriffe, die wir heute definiert haben, als auch diese zwei Sätze sehr häufig auf. Deswegen gerne bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen.